Leute, ein Info jetzt für euch, ähm, so, ich, vielleicht bringe ich raus, also hier Level 35 und 13, äh, Battle Pass und hier meine Dinge, und das hab ich, da hab ich nicht, die drei hab ich, Tanschschritte hab ich, keine Angst hab ich, Tanschschritte, Noll, Welle, Herzhände, hier die Skids nochmal, wenn ihr so keine Pläse stehen habt, und Profil hier, meine Siege, zwei Dolosiege hab ich heute gemacht, ein Duosieg, ein Diebensieg, hier nochmal, und hier diese Dinger, heute hab ich ja mit meinen Freunden stehen, und ciao!